Ich einmal wieder aus der Rede raus, bevor ich hier den synchronischen Schaden bekomme. Was, ich bin überladen? Ja, ich bin doch am Ärmel. Okay, da muss ich jetzt nach Hause. Aber hier merken, auf der Mitte zwischen M9 und L9 auf der Linie ist eine große Höhle. Hört sich doch gut an. Ja, ne? Ey, der will dich bestimmt fragen, ob er dir ertragen helfen kann. Aaaaaah. Nichts gegen die Tiere des Waldes, aber am Bär... Boah, Level 74, der Hirsch. Also so, wo wir beim letzten Mal waren, ne? Doch stärker. Weil die Bär hatten ja 20. 70. Auf zum Ruckeln. Ja. 70. Boah, dann hab ich die Höhle. Das war ne kleine Höhle. Da hab ich scheiß Parasiten, ey. Ich hab jetzt 100, 120 Eisen und 123 Kupfer. Ja, 111. Ein bisschen Kupfer hab ich auch. Aber ich bin jetzt noch nicht überladen. Geht die andere Seite lang. Guck mal, komm ich nach Hause. Mhm. Was ist denn? Was ist denn? Die 11. Röhrt. Ja. Ja. Wie sieht das mal hier Röhren nennen? Ja, Richtung passt noch. Jungen. Ja. 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 Ich bin ja. 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 Ich hab gelesen, es soll dann ja später noch richtig Munster geben, die dann nachts rauskommen und dann an deinen Leder wollen. Können sie ja gerne mal versuchen, an meinen Leder zu gehen. Das ist die Schule mitgenommen, die sich in den Leder zu gehen. ... ... ... ... ... ... ... ... immer an der wand lang deswegen dann weiß ich wenigstens dass man alles abgegrast hat auf der richtung also was aussieht komme ich nämlich gerade so wieder zurück und das heißt ich habe dann die wirkliche art von würde hier bis halt auf schneegebiet da brauchen wir erst mal die polarausrüstung nicht die polar sind die normale das ist ja nur durch den weißen bären ja aber halt damit damit es nicht so schnell friert ja atomkraftwerk ich stehe jetzt fast wieder zu hause aber doch eine ganz schöne strecke was man mit der schaufel eigentlich machen können eigentlich ja schaufeln ja aber irgendwie funktioniert das schaufeln noch nicht so wirklich weil ich bin bei dem wasserfall ist doch sehr schön bin ich einmal rum da ist ja noch eine höhe die ist schon offen aber mein mann hier ist auf jeden fall schon abgerast ein zwei schläge zu da sind die kapseln da ist das häuschen ich sehe es ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin 0,08 Das ist eher am Ziegen, ey So So So, da bauen wir ja auf Okay, ja, ich geh dann auch wieder jagen Jetzt können wir wenigstens zu uns kurz schlafen legen, damit es wieder hell ist Mhm Bist ja auch gleich zuhause Jo Oh Oops Oh Oh I know Die Seile können ja meine Frau herstellen, das muss ich denn nicht machen Mhm Okay Haben wir definitiv Ja, wir brauchen Leder für die Steinwände Total unsinn, ich finde, dass du dafür Leder brauchst War okay Okay, das war schnell tot Oh, das war die schnellste Ziege ever Oh Der Stein ist Ah Entschuldigung Ich hab mich bewegt Oh Oh Ach Warte Was ist das? Hat der nicht sprach verstanden Ich Da ist da War was Warum? Hast du gehört? hier ist ein blöde Fliegenpakt, der ist beschossen in diesem Fall sieht man die aber auch nicht mehr Och nö Och echt jetzt Wo ist das jetzt sein? Nur bei mir zeigt da oben wieder nichts mehr an Mein Interface ist irgendwie defekt Aber springen kannst du noch, das finde ich immer sehr faszinierend Das ist etwas, was ich nicht verstehen werde Boah, schau mal voll durch die Nase Jetzt Wollen wir schnell was trinken gehen Oh Oh Oh, das wird ein böser Kommt ein roter mit dabei Ok, aber Repair Hammer haben wir ja schon Ne, ich nicht Ok, nicht? Ne Dann müssen wir nochmal schnell welche machen Ich hab nur den ähm Zum Updrain Der ist in der Kiste Fiber, Stick & Stone Schnell die umgebrachten Lauf Lauf Leg und Fiber Beikraften Hier in der Kiste ist äh Repair Hammer Kommt man, das wird gleich wieder ne Schlägerei Mhm Aber ist ja zum Glück wie es aussieht nur ein kurzes Stück Ok Ja Dann haben wir zum Donnkanal hier Da müssen wir mal gucken wo wir uns denn da dann am Schneegebiet häuslich niederlassen Mhm Dass wir da schon mal anfangen Basteln Naja Wird da so einen kleinen Unterstupf machen direkt bevor es kalt wird Und das große Steinhaus? Ne, immer wichtig dass wir das irgendwo da haben wo auch Wasser ist damit wir das safe leben ne? Mhm Deswegen erstmal nur so ne kleine Hätte ich nämlich gesagt dass wir da dann so langsam nach oben ziehen Sonst hängen wir hier Ich kenn uns Ja, aber ich brauche halt das Glas Ja Ja Und deswegen muss ich gerade zu sehen dass ich diesen großen Ofen mache Ja Das schlimmste haben wir schon wieder hinterm Ja das war ja harmlos Nur die Fenster leben ne? Die halten Ja klar da die sind die sind hart im nehmen Ja 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 Dafür brauche ich ein Holz zum reparieren dieses Hamas Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und dass wir wenigstens schon mal den Oxy mitnehmen können Oder einen zweiten da reinsetzen, damit wir nicht immer so ewig viel mitschleppen müssen oder zurücklaufen, weißt du? Ja Hier immer noch mal auf die Schmelze Neun, fünf, sechs Mit Epoxy-Karabi-Stein ist auch kein Problem Oh, dann brauche ich Machen wir mal sechs davon Dann Oh, ihr Tierchen Der Sturm ist vorbei Der Dante ist da Oh, wieder raus Wie kann so eine Ziege so schnell sein? Das ist eine Speed-Ziege Die war bei Octane in Leere Heißt bei Stummelbeinchen, ja? Ja Die muss schneller werden Ah, man merkt's Die sind hier echt am schnellsten, ne? Ja, da können sich selbst die Würfe noch eine Scheibe von abschneiden So, dann braucht euch Decken Hm, ähm Oh, komm her Ah, komm her Ja, jetzt musst du ohne Dynamo machen. Oder auch nicht. Das ist hart. Ja, war so nett und frei und hab sauber Lust. Das ist sehr lieb von dir sozusagen. Was haben wir jetzt noch? So eine Tür. Mehr brauchen wir ja eigentlich für das Haus da gar nicht. Blöde Zige. Mit vier mal vier Kasten mach ich da aus. Also vierer Kasten. Gut, dann geh ich mal in die Richtung. Ja. Am Fluss. Ja, wollen wir da so in die Höhe? Ja, da wo ja das kalt wird. Das Eis brauchen wir definitiv gegen den Kühlschrank ganz von alleine. Ja. Deswegen bin ich ja jetzt am Jangen, damit die Winterklamotten gemacht werden. Wer schießt sich zurück? Ja, oder wir können uns da ja auch den Wassertank hinstellen. Oben. Ja, die Regentonne, ja. Voll in den Arsch. Arme Zige. Nur zwei Schüsse in den Arsch. Das ist ja schon fast nicht mehr nett, Schatz. Aber nur fast. Ja. So ein schöner Bär wäre jetzt was. Ja, da kriegst du so viel schön raus, ne? Musst du zu O5 gehen, da gibt's Bären. Ja. Aber ich möchte nicht wissen, welcher Level der hat. Aha, das ist es, ja. Und zwar bescheuert, aber naja, so braucht es auch wieder nicht.